Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Martin-Audio-Video. In diesem möchten wir euch die Adorn-Serie vorstellen. Die Adorn-Serie besteht aus Wand-, Decken- und Pendellautsprechern und eignet sich hervorragend für budgetorientierte Installationsaufgaben, bei denen es auf hochwertige Klangqualität ankommt. Wir stellen euch jetzt alle Modelle der Adorn-Serie vor und fangen mit den Wandlautsprechern A40 und A55 an. Der A40 beinhaltet einen 4 Zoll-Tieftontreiber und einen 0,75 Zoll-Hochton-Treiber. Der A55 einen 5,25 Zoll-Tieftontreiber und denselben Hochton-Treiber wie der A40. Diese Treiberbestückung werdet ihr bei allen anderen Modellen der Adorn-Serie auch wiederfinden. Beide Lautsprecher sind in Schwarz oder in Weiß erhältlich. Darüber hinaus gibt es auch noch eine T-Version. Das Besondere an der T-Version ist der verbaute Trafo. Mit einem Steller auf der Rückseite könnt ihr so zwischen hoch- und niederohmigen Impedanzen wählen und beispielsweise den Lautsprecher in einer 100-Volt-Umgebung betreiben. Die normale Impedanz bei den niederohmigen Lautsprechern beträgt 16 Ohm. Leistung satt haben die Lautsprecher auf jeden Fall. Mit 160 Watt Peakleistung und 200 Watt Peakleistung bei 109 dB und 113 dB habt ihr sicherlich genug Headroom, um die Hintergrundmusik auch mal ein bisschen lauter zu machen. Mit knapp 1,8 Kilo Lebendgewicht und 2,2 Kilo Lebendgewicht eignen sich die Lautsprecher für die unterschiedlichsten Wände zum Aufhängen. Egal ob Rehgebswand oder Massivbeton, mit den Gewichten werdet ihr sicherlich kein Problem haben. Eine Verpackungseinheit besteht immer aus zwei Lautsprechern. So sieht der Karton aus, wenn ihr ihn bekommt. Darin enthalten natürlich immer zwei Lautsprecher und auch zwei passende Wandhalter. Bei weißen Lautsprechern natürlich zwei weiße und bei schwarzen Lautsprechern zwei schwarze. Als optionales Zubehör gibt es auch noch einen Deckenhalter. Diesen könnt ihr zusammen mit der Wandhalterung nutzen, um den Lautsprecher dort runter horizontal direkt an der Decke aufzuhängen. Die Headroom-Lautsprecher eignen sich für sehr viele unterschiedliche Anwendungen. Die Wand-Lautsprecher besonders für Gastronomie-Installation oder aber auch für Konferenzräume, in denen es auf ein ästhetisches und zurückhaltendes Design ankommt. Kommen wir nun zu den Decken-Lautsprechern. Auch die Decken-Lautsprecher verfügen über eine 5-Zoll-Variante und eine 4-Zoll-Variante. Genau dieselben Treiber, die auch in der A40 und A55 verbaut sind. Die Decken-Lautsprecher gibt es in unterschiedlichen Bauformen. Den 4-Zoll-Decken-Lautsprecher gibt es in einer sehr kurzen Bauform mit einer Einbautiefe von nur 11,5 cm. Den 5-Zoll-Lautsprecher gibt es in einer normalen Einbautiefe von 20,9 cm oder ebenfalls in einer kurzen Einbautiefe von 11,8 cm. Der 4-Zoll-Lautsprecher liefert 160 Watt Peak-Leistung bei 108 dB und einem Abstrahlverhalten von 180 Grad. Die beiden 5-Zoll-Modelle haben exakt die gleichen Daten. 200 Watt Maximalleistung und ein Maximalpegel von 113 dB. Das Ganze beim Abstrahlverhalten von 150 Grad. Alle Modelle sind mit einem 100-Volt-Trafo bestückt. Über den Wahlschalter kann so Niederohmige oder Hochohmige-Impedanz angewählt werden. Die Installation ist denkbar einfach. Im Lieferumfang enthalten ist eine Schablone für den richtigen Deckenausschnitt sowie ein Verstärkungsrahmen, den man für die Installation in Kassettendecken nutzt. Sobald man dann den Verstärkungsrahmen über der Platte installiert hat, setzt man den Decken-Lautsprecher ein. Mittels drei Schrauben, die von vorne zu erreichen sind, wird der Lautsprecher dann in die Decke eingeklemmt. Das Besondere am Design der Decken-Lautsprecher ist der Grill. Dieser ist so gestaltet, dass man keinen Rand vom Lautsprecher sieht, sondern der Grill an den Seiten bündig abschließt. Die Decken-Lautsprecher eignen sich hervorragend für hochwertige Installationen in Gastronomie- oder Konferenzeinrichtungen, genauso wie in Ladenlokalen. Kommen wir nun zu den Pendel-Lautsprechern der Adorn-Serie. Die Bestückung ist euch ja inzwischen bekannt. Ein 5,25 Zoll Tieftontreiber und ein 0,75 Zoll Hochton-Treiber sorgen für 200 Watt Peakleistung bei 109 dB. Der Pendel-Lautsprecher strahlt mit 150 Grad radial ab und ist in schwarz oder in weiß erhältlich. Auch hier gibt es den integrierten 100 Volt Trafo. So könnt ihr selber entscheiden, ob ihr den Pendel-Lautsprecher hoch- oder niederohmig betreiben wollt. Mit einem Gewicht von nur 3,5 Kilo sind sie sehr leicht zu installieren. Als Zubehör gibt es ein 3 Meter langes Stahlseil mit Karabinerhaken. So kann der Lautsprecher bequem in jeglicher Umgebung installiert werden. Dank des schlichten Designs integrieren sich die Pendel-Lautsprecher wie von selbst in eure Installationsumgebung. Sie eignen sich vor allen Dingen für Installationen, bei denen es auf eine coole Designsprache ankommt und wo zum Beispiel der Industrial Look im Vordergrund steht. Das sieht man häufig in Ladenlokalen oder Restaurants, die eine hohe offene Decke haben, von denen die Pendel-Lautsprecher abhängen sollen. Das waren die ADON-Produkte von Martin Audio. Darüber hinaus gibt es im Portfolio aber auch viele weitere interessante Lösungen, die ihr mit der ADON-Serie kombinieren könnt. So haben wir zum Beispiel DSP-Systemcontroller oder aber zwei- und vierkanalige Installationsendstufen. Natürlich haben wir auch die passenden Zap-Wufer. Hier zum Beispiel der SX110. Dieser eignet sich hervorragend für Gastronomie-Installationen, da er perfekt unter jeder Sitzbank zu verstauen ist. Und außerdem haben wir natürlich auch noch die CDD-Lautsprecher von Martin Audio, die sich ebenfalls sehr gut mit den ADON-Lautsprechern kombinieren lassen. Wir hoffen, dieses Video war hilfreich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Vielen Dank!